Musik Ja hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Yeah Ja und mittlerweile schon Folge 6, wenn ich mich richtig entsinne Ich habe in der Zwischenzeit mal die ganzen Höhlen abgegrast Es ist tatsächlich so, dass das einfach nur halt alte Kämpfe sind, die man dann nochmal neu bestreiten kann Wie zum Beispiel Boulevard Böser Blick, da kämpft man nochmal gegen den Zyklopen Ähm, als Beispiel mal So, aber wir machen jetzt hier die Story weiter Zirkus der grüne, Zirkus grüne Lebensader Okay Ich möchte mich übrigens nochmal entschuldigen dafür, dass ich eingangs In der allerersten Folge gesagt habe, es wäre ein JRPG Ist es ja nicht Es ist ja eher so ein Dynasty Warriors Spiel, ne Wenn man mal so ehrlich ist Auf in Kampf, lasst uns Monstern zeigen, wer hier der Boss ist und dann weiter wie nichts zur Arena Zeva, mit Vorsicht sein sollt ihr, bitte ich Aus Bodengeborsten ist sehr merkwürdiges Objekt Moment, das ist doch Heiliges Bata, eine Wurzel des mächtigen Yggdrasil Warum? Nehmt ihr nicht einfach mal normale Namen? Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für eine Ranke des Weltenbaums, das Tageslicht zu suchen Die Wurzeln sind die Lebensadern der Städte, die sie versorgen Sollte diese hier zerstört werden, so wird ganz Zirkuk mit ihr zugrunde gehen Im Ernst, das knotige alte Ding, das ist von so großer Bedeutung? Es scheint so Seht nur, die Monster nähern sich hier Das werden wir doch verhindern, oder? Wow So Oh, schon wieder so einer Potent, was? Ja, ich würde ja gern die andere Seite da irgendwie verteidigen mit irgendwas Das Problem ist nur, ich hab ja noch gar keine einzige Münze Da hinten liegt eine Ich mach erstmal hier den Schlundwächter kaputt, bevor ich irgendwas anderes mach Boah, jung So Jetzt holen wir uns da die Münze Und dann gehen wir erstmal zurück zum Weltenbaum Oder wie auch immer das Ding nochmal heißt Und setzen da erstmal eine Münze Weil so geht's nicht So geht's nicht Boah, ich hasse diese Ritter Die Ritter sind ein Pain in the Ass Na, so sagt man doch Ohne Münze Ruhelose Rüstung Attackiert Angreifer direkt vor ihr und verteidigt fort an ihren Posten Ja, das ist doch was Schönes So Testen wir den auch hier hin Dann können wir nämlich aus der anderen Richtung wiederkommen Da kommen nämlich schon wieder neue Voll der Lachsack Ach man ey So nochmal gucken, ob ich damit durchkomme Auch nicht Ne, dann Volldampf Giga Mesh Ist das nicht ne Anime-Serie? Giga Mesh Ja, ne So Warum sind denn schon wieder so viele bei der Wurzel da? Wollen die mich verarschen? Oh Mein Gott Das war jetzt hart Ähm Ja, sofort wieder zurück Ja toll Da können wir auch hier die Abkürzung nehmen quasi Ah So, von wo kommen die denn jetzt noch? Also halten wir fest Ganz offensichtlich reicht unser Ritter Nicht aus Und unser Skelett Mann Genau, schlagt ihr euch mal hier Oh, jetzt kommen die auch schon wieder aus der anderen Seite Wir müssen unbedingt die Portale zumachen Na So Ich mache jetzt erstmal die Portale platt, egal was ist. Weil wenn keine Portale mehr, kein Nachschub an Feinden. Oh, okay. Wehe, das ist jetzt auch schon wieder, ich wollte gerade sagen, wehe, das ist auch schon wieder so ein Bomben-Dingen. Zwei Golems. Ja, ich finde, da bin ich schon im Recht, wenn ich das hier mache. Oh, was ist das denn? Ein Säbelzahntiger? Oh, und der Wurzel ist ganz schön was los, ne? Oh, da liegt noch irgendeiner tot von uns rum. So, schnell zurück. Scheiße, lauf falsch. Ich lauf falsch. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Achtung, Schaden, ja. Das sehe ich auch. Ja, man kann nicht immer überall sein, ne? Das ist das Problem. Oh, verzieht euch von der Pflanze. Scheiße. Gibt's doch nicht. Ah. Äh. Ja, nochmal von vorne anfangen. Aber, naja. Na, ihr kennt ja meine Let's Plays. Wäre ja ein Wunder, wenn mal, äh, wenn ich das mal alles auf Anhieb schaffen würde. So, ich mache das jetzt einfach so, wie ich es von Anfang an hätte machen sollen. So. So. Naja, egal. So. Und zurück. Mein Gott. Diese blöden Ritter, ne, die regen mich richtig auf. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. So. Also was können wir Besteres als ein Golem hier haben? Ich glaube nichts. Und zurück. Und zurück. So. Jetzt erstmal wieder zurück gehen. Das war schon ein heftiger Schlag. Ist der Golem schon weg? Wo ist der denn? Da. Dann setzen wir den hier hin. Gut. Mein Gott. Oh Mann. Gut. Gut. Warum sind denn zwei jetzt schon wieder bei der Wurzel angekommen? Ich verstehe das nicht. Ich hab doch da zig gehilfen. Komm, gib her. Whatever. Komm. Instant. Instant. Instant tot. Nicht ganz. Aber egal. Oh, was liegt denn da für uns? Konzentration erhöht. Direkt wieder voll. Wie geil. Dann direkt machen wir dann auch noch kaputt hier. So. Von der Kiste wissen wir ja jetzt mittlerweile, dass wir die nicht aufmachen sollten. Und jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch auf die Dingens konzentrieren. Auf die Wurzeln. Na komm, wir nehmen eine Abkürzung. Da sind nämlich ein paar dicke Brocken unterwegs. So. So. Also. Dann noch ein paar dumme fliegende Kühe. Da kommen noch ein paar Quallen. Da unten auch. Braucht kein Mensch die Viecher. Hier. War das die Truhe, die gebissen hat? Ja. Hä? Ja. In Schlaf versetzt? na also geht doch geschafft Naja, fast, fast, fast makellos Puh, wir scheinen mit Monstern hier abgeschlossen Gelobt sei, heilige Göttin Und wie es aussieht, haben wir es auch geschafft, die Wurzel vor Schaden zu bewahren Ich bin wirklich erleichtert Was genau sind diese Wurzeln eigentlich? Der Weltenbaum befindet sich in weiter Ferne in Arboria Die Wurzeln können doch unmöglich von ihm stammen, oder? Ihr wisst also wirklich nicht, was es mit ihnen auf sich hat Andererseits, wenn man in der Hauptstadt aufwächst, muss man das wohl auch nicht All dies wird zu gebührender Zeit erklärt werden Meine Gefährten Doch von der wahren Natur der Wurzeln zu erzählen, bedarf nicht gerade weniger Worte, fürchte ich Wir sollten uns erst auf die Rettung Zirkukes konzentrieren Sobald wieder Frieden eingekehrt ist, werdet ihr alles erfahren, was ihr wissen müsst Erstklassig Dann, wir müssen unterlassen, zu verschwenden noch mehr Zeit Die Arena wartet für uns Ja Zwei Stufen Aufstiege Mein Gott Boah, 6000 Gold Also hat man jetzt ja wohl mal eine Hammerrunde Na, was hast du so im Angebot Neues? Da Grumpy Sabrina kann Silberrapier haben, um sich zu verbessern Ach stimmt, Doric habe ich ja auch noch Und Eila Ein Sturmerrang Ja komm, holen wir Direkt auch ausrüsten Ne, wir wollen ja, dass unsere Teammitglieder, auch wenn ich sie nicht gerade benutze, gut ausgerüstet sind Ja, dann kaufen wir noch davon sechs Stück Nein Der hat doch schon die Lederkugel Warum kann ich da nicht direkt sagen, dass ich sechs Stück haben möchte Sondern muss das jetzt mit jedem Einzelnen machen Das ist jetzt ja ein bisschen blöd Hier you are Hier you are Hier you are See you soon Ne, bestimmt nicht So Mehr brauche ich hier eigentlich nicht Äh, gut Äh, blub Da Auf zur nächsten Mission Ärger in der Arena Ne, nehme ich nicht an Ah, Mann Ja, natürlich nehme ich an Echt Hayopai-Köppe alles hier Damit bleibt nur noch die Arena Und wenn wir dort aufgeräumt haben, befindet sich Zirkuk wieder in den Händen der Guten Äh, ich ganz von Ihnen Ich ganz von innen bete dafür, dass so ein Aufräumen nicht nötig wird sein Dann ihr betet komplett anders herum als ich Zewa wünscht sich Unzahl von Monstern als Training für Turnier, wann immer solches auch finden statt Gut gesprochen, Zewa Ich wage zu sagen, dass eine Faustkämpferin von deinem Kaliber in solch einem Wettkampf weit kommen würde Ihr meint so? Dann müssen wir wieder herstellen Frieden mit absoluter Eile und darauf bestehen, dass Turnier wieder aufgenommen werden Sofort Kommt, Kampf ruft Da bin ich dir einen Schritt voraus, Prinzessin Vorwärts Oh, Link Bravo, mein Freund Du bist der erste, die mich so gut zu probieren Ich bin der Welt's größte Swordsman, Pau Unterstimm mich wieder und ich werde dich gut zu probieren, auch Come on, Grinke Wait, must you always insist on blindly rushing in? Und ich dachte, du bist brav Willst du mich nicht an deine Freunde? Was, wenn ich sie wusste? Ich arbeite alleine, Pau Well then It will be my pleasure To send them on their way Where I came Impossible Of course Well then Children of Light Is it really to be so pathetically easy? I must give thanks to whichever foolish deity so fit to drop you into my lap No! No! He's just his villain! Know this, Lightlings Now that I have found you Your days are numbered But if you wish to save this worthless world Then you will have to come to me Get back here You can't just drop that stuff about Light children and saving the world and then disappear Anscheinend kann er das doch Great, thanks for nothing Stay out of my way, okay? I don't need your help These guys are mine Wait, wait You get yourself killed An average swordman might But I sense that he is nothing of the sort Nor is he our friend For now at least In short His welfare is none of our concern Our priority remains Shut up, will you? Hm? I'm gonna help him Whether you like it or not Wait Das war's mal wieder mit dem Video Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram Und das ist alles kostenlos Please Three It actually Does that